Hallo und Grüß Scott und herzlich Willkommen bei Let's Play Boyz Royale 12 mit einem Bude. Hallo! Und einem Zane. Grüß Gott. Jetzt setzen wir grad dahinter, hä. Ein bisschen dichter Nebel, hä? Ich glaube nicht, dass wir dieses Island verlassen können. Etwas hält uns hier. Ich muss zurück zum Monastery gehen. Bist du sicher? Ja, Sam. Ich brauche dich, das zu dir selbst für jetzt. Ich werde Reyes helfen, das Boot zu erholen. Aber dann nehme ich es ins Land. Lara, ich weiß nicht darüber. Nur glaub ich mir. Das ist der einzige Weg. Okay. Du bist vorsichtig. Na dann? Es kann ja nur gut gehen. Es wird gut gehen. Oh je. Mist, da hat der Moan Lock aufgebaut. Warte mal. Die sind doch da alle gestrandet, gell? Mhm. Bullshit. Wo haben die Werkzeuge her? Warte, schau dir die Unlock an. Das hast du hier alles ganz normal auf ein paar Schiffen kuttern drauf. So, und jetzt? Ich werde aber sagen, tschu-tschu-tschu-tschu-tschu-tchu-tchu. Ah, jo. Jo. Da hat andere Ecke. Ah, da aufe. Alles klar. Man, die haben da ein fucking Schiff aufgero... Ja, sicher, klar, aber sonst. Vor allem, wo haben die Werkzeug her? Werkzeug hast du ja wohl auf Schiffen, aber du hast halt nicht so viel Material. Auf einer unbewohnten Insel, wo haben die das ganze Glump her? Das Werkzeug hast du ja auf Schiffen dabei, aber... So viel Material. A name. Oh fuck. Uwe. Pete Fred. Pete, Pete, komm raus. Haha, der war schön. Mieke. So, jetzt hab ich sogar bei Mieke ausgeschalten. Das ist aber sehr nett schon hier. Das ist gar fast eh noch mehr. Stopp. Oder brennt. Ah, da ist noch einer. Und da ist einer. Boah. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Das ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Das ist einer. Da ist einer. Und da ist augur. Sal! Die werden erfasst. Das Sturm. ich habe den Mann ins Ernst Wie kommst du da drauf? So geil, so eine Eingebung Holger, her hat der Shitstorm mal auf oder was? Na, aber du hast nur noch 5 Beine Das ist doch mal nicht gut Ah, na immerhin Noch mehr Shitstorm Ich glaube nicht, dass das für uns ist Ja Er trifft sie ja nicht Äh BULL Ja Ja Die Wände bewegen Aber wohin? Nach oben Ah, da oben aufer Die gelben Rieger schon verdächtig Na Das geht nicht Jetzt hast du weh Wenn du nicht sterben willst, dann war ich nicht Rekrut-Golden-Miga Ja Der Hund arbeitet sich auch nicht Für was wollte ich diese Konstruktion eigentlich führen? Set Gott Oh Hier 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 I've been looking for bullshit. B, 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 B. Äh, ja. Boah. Und? Achso, da hätt ich noch mal B drucken sollen wahrscheinlich. Die gleiche tasten. Hätt sie's mal ongezackt, hätt ich's gemacht. Schwingen. Äh, die wär die gleich schwingen. Zwoa. Das wird dann eh... Ah, das f*** ich doch. Es geht dann eh Slow Motion über. Dein Mama ist Slow Motion. Nein, ich seh nicht. Gehirntechnisch schon. Bisschen Argument. Wie man dieser getimete Quicktime Bullshit. Ja. Wer denkt sich sowas... Wer glaubt eigentlich, dass das lustig ist? Ja, ich weiß nicht. Ah. Und dann gibt's, dann gibt's so Spüle, die bestehen nur aus Quicktime. Ja. Es ist halt schon irgendwie hart. Ja. Ja. So, jetzt haben wir's doch hinter uns, oder? Ja. Habst du wieder? Viel Spaß. Wo ich grad in meinem Rant drin war? Kennst du das wunderschöne Spiel Beyond Two Souls? Ja. Es wurde doch so hoch gehelligt. Ja. 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 Ich hab das nicht Plague-Shot von dem Gameplay. Das besteht aus Quicktime Events. Mehr ist ja nicht. Mehr ist ja nicht. Größtenteils, ja. Egal was du machst, du kannst nicht verlieren. Ja, es ist fast. Ja. Stimmt schon. Und die wollten das teilweise zum besten Spül aller Zeiten wollen. Nein, es ist nicht. Es ist gut, aber es ist nicht das Beste aller Zeiten. Ah, es ist eine geile Story. Aber wenn du geile Story hast und keine Idee für Spül, dann machen Film draus. Ja. Allerdings. Herr der Ringe, das Spiel. Raft of Grey Engine. Oh, das wär geil. Mikrorochler, 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 Mikrorochler. Aber noch ein Bildschirm, auf dem ist nichts mehr. Nein, ich beschwär mich eh nicht. Das ist absolut okay. Ja. Vor allem im Vergleich zuvor. Aber du könntest denn noch G-Sync-Monitore holen, dann hätten wir sie hinter uns. Ja. Äh. Hat einer, hat einer bestellt. Der ist wohl, also der macht, der ist wohl bei der Filmeindustrie dabei. Okay. Du kennst doch diese, diese normalen 24 Zoll Dinger? Diese Spezial-Adobe-Color, leg ich mir auf alles schon. Meinst du die in teuer? Aha. 1500 Euro bestellt. Zwar wahrscheinlich auch, was wir heißen, die. Ja, die haben diese 99% RGB-Firmenkurs, gell? Ja, war sie wohl. Auf die Folgen. Das hat's jetzt Vollgas gebraucht. Ja. Wir haben Schlafzeit. Ja, 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 ja. Ich r werde, unsere Bolzeste muss weg. Ja. Ich bin so entstand auf der Berge. Ja, ich bin so entstand das Manier. Ich habe mich über MSG-O-S nap habe. Ich wollte, um sich zu dem Gehrer zugeben. Um sich zu einem Zoll. Und nun, als ich die Berge zusätzlich über den Bech verlassen, ich fühle die Bracht. Ich fühle wieder diese Revehung. Ich sehe Paneier's greens Seaweed-Hair, die Verw רק man mit der Arsch. Ich fühle seine Tears in der Spreise der Wälde, die Wälde auf die Rocker. Lara ist richtig. Dieses Island ist kursiert. Es ist eine Rage hier, die uns nie lassen wird. Wenn das Wunsch passiert und ich der letzte, der stand, dann lasse Panilla mich zu spät. Ich schwöre und freue mich mit meinem Bruder in den Wagen. Na dann. Das hat uns jetzt so brennend interessiert, dass wir fast eingeschlafen sind. Magst? Nicht beim Job. Das sah ich nicht so ein. Ich muss sie doch irgendwann mal einen Nepf drüber schütten. Da ist halt KV-8, startet nicht. Ja gut, das ist ein alter V-8. Verblaust die ganze Batterie bitte. Ja. Ja. Alex wird sich entschuldigen, dass ihr das auf dem. Ja. Wo ist Alex? Ich gehe nach der Enduranz und bekomme ein paar Tools für ihn. Jonah, gib den Hust einen Versuch. Das muss unsere beste Chance sein. Wir müssen versuchen. Ich bin glücklich, dass du uns besitzt hast, Lara. Was kann ich, um Hilfe zu helfen? Hilfe, Jonah. Äh, habt ihr schon nochmal was von einem Flaschenzug gehört? Beziehungsweise Kabelphysik. Flaschenzug. Wir können den Typen als Gegengewicht behalten. Wir brauchen Rollen, Nigga. Da, in der Animation wurden auch tausend Rollen versteckt. Na, die müssen wir jetzt extra holen. Erlangen sie, gelangen sie zur Galleone. Ja, damit meint er das Pote. Oh, wie ich das erkannt hab. Nutzlose... Nutzlose Portorial-Skills? I think not. Nur weil du ein Galleone bist. Tja, deine Mama ist... Für eine Galleonsfigur bist du zu fett. Deine Mama ist auch fleute. Du bist der Kaufmanns-Kogger. Uh, da fährt er an. Klar und bauchig. Aha. Du bist der Barke. Du bist der Barke. Ja, ich weiß. Klar und bauchig. Kaufmanns-Kogger. All der Raumfahrt an. Ha! Und nicht aber das kann er. Und ein Scheinlauerkot. Ich war zu beschäftigt, dich zu dissen. Merkt man kaum. Du musst in diesem Halle jumpen. Nein, wirklich. Ich habe das nicht gedacht. Hallo. Du brauchst Künstler-Service? Das ist Thomas-Service. Ja. Wie konvenient da die Schachtlaube plumpst. Das hat natürlich Arcana gehört. Wenn du Stealthkill musst, dir das Feuer ausmachen. Das war Fock hasst der Kill. Ja eben. Das war Fock you kill. Das war Fock you kill. Noof! Falls du bitte ins Wasser, Ach komm schon. Na, da kannst du noch looten. Ach mensch. Luut! Na, kann ich nicht. Doch, kannst du. Jetzt ist fuck your time. Beherrsch die doch bitte. Warum? Ja, ich weiß nicht, aber beherrsch die doch bitte. Das durchschnittliche Let's Player Publikum ist ungefähr 13. Du kannst doch nicht schlechte, schlechte Manieren. Also bitte. Schlechte, stimmt. Die hätte voll ins Mikro brüllen sollen. Ja. Mindestens. Daher ist es. Daher ist es. Where do I have to go? Please tell me Mr. Kai. Schau mal. Hä? Warte mal, schau mal nach oben auf den Masten. Na na na. Doch. Ich mach's einfach. Aber glaubst du, die gibt einen fuck. Ja. Ich hätte gedacht, das ist vielleicht irgendein Trophäe oder so, wenn du da aufgesteckst. Das hätte ja sein können. Vielleicht. Aber das war ja ein cooler Aussichtspunkt. Du weißt aber vielleicht. Wenn, wo du oben warst, ist ja ein großer Mast gewesen. Vielleicht war es der, wo du hinwettest sollen. Der große Mast. Alles klar. Ja, du bist doch schon. Ja. Weißt du, du brennst. Wo liegst du Boden, bewegst die Kaststücke, aber schreist wie die Sau. Ah, Uwe. Ja, bei dem Hauptmast, bei dem Anker ist er oben hacken. Ist es so, so, so Rolle. Vielleicht ist es das, ist der Termin. Ja. Ja, vielleicht kannst du ja das Mast umhauen oder so. Mhm. Ja, du kannst aufklettern, dass er weiß. Ja, das werde ich jetzt auch machen. Da ist er. Na. Ah ja. Convenient. Wie genau eins davon übelst du. Und wie ist es heute? Perfekt. Convenient. Er leckt mir doch am Arsch. Hm. Hauptsache, dass er fettes, fettes, fettes Schlachtschiff strandet. May prediction fürs nächste Doom Raider. Das er schon rauslässt. Bam um, löst der Kettenreaktion aus, wo du ganz zufällig einfach alle die auf der Insel Sand tötest. Haha, das ist erhaft geil, ne? Ah, das ist, das ist, glaube ich, der Plot von Just Cause. Ja. Was ist das denn? Ja, das klingt doch ein Plot für Just Cause. Ja. So. Hast du selbst geduckt? Ja. Nice. Das ist deiner. Wie war's? Die hab nur geschaut. Das Anker, du. Oh ja. Schickes Ding. Der Anker ist zu schwer und wir müssen ihn von Hand einholen. Was hast du getan? Der Anker ist deine Mutter. Dantadam, dam. So. Sehr enthusiastisch. Ja, was hat er denn? Kommt doch klar, meh. Wie viele sind da? Ich weiß nicht. Du bist schuld? Ich kann nicht sehen, jemanden. Ich muss sie aufhörten. Ich fühle mich, dass ich mich für miles fuhr. Und du hast nur ein Blot verletzt. Ich muss besser sein, als ich dachte. Du kannst sie direkt zu uns bringen, wie du in der Paläse gemacht hast. Was? Das ist nicht so, Laura. Sie haben mich verletzt, während du mit Sam bekommst. Was ist das denn? Weil du eine dumme Fotze bist. Okay, sie ist doch keiner. Aber Instant Redeem. Wenn wir gegen uns selbst kämpfen, dann verlieren wir uns. Du bist richtig. Das ist warum das nicht passiert. Okay? Ich gehe nach Alex. Wo waren die Tools? Die Räume. Look, er kann sich aufhörten, Laura. Gut. Dann werden wir zurück. Er baut doch noch Scheiße. Aber kolossal. Damit kannst du uns wahl töten, Digga. Natürlich kannst du das. Ja. Compound-Bogen. Sweet! Fähigkeitspunkte. Äh, na. Ja, klick mal auf, eh? Bogen-Experte? Was müssen wir denn dafür machen? Geh noch Hans weiter. Also da müssen wir doch irgendwas weiter upgraden. Da können wir da wohl nix machen. Ey, warte mal. Geh noch mal auf, eh. Geh noch mal auf das, was du schon gehabt hast. Kannst du das noch mal weitermachen? Na. Okay. Okay. Vielleicht da auch noch was? Ja, hau ein, ne. Ist ja wurscht. Prast. Aha, und da können wir dann jetzt weiter machen. Ja, weil das ist ja wurscht. Brauchen wir? Na. Okay, dann lassen wir das einfach dabei. Ja. Ja. Können wir den Bogen weiterbauen? Ja, können wir. Wenn man da ist. Als alternativen Feuer, wo das ist, das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir schon. Das haben wir schon. Ne, war doch Hans. Das muss man nicht haben. Bester, ja. Ne, machen wir los. Was war denn das überhaupt? Na, da, das dritte, machen wir auch noch nicht. Bester, ja. Aufgelag'n. Mach' ma. Ja. Nice. Okay. Perfekt. Dann hätten wir das ja mal. Ja. Ja. Und müssen wir jetzt hin. Ja, wir haben es jetzt dann eh schon mit der Zeit. Also ich würde sagen, wir machen das dann im nächsten Teil. Alles klar. Passt. Hauen sie rein. Ich kann ja, das wie wir hier sind. Alles klar.